Ja, und nach einem kleinen Fan mit Toto, der seine Kanonen selber zerschüttert, fangen wir nochmal neu an. Ähm, diese, eine Special-Runde nochmal so extra obendrauf, wie er haben wollte. Also das ist die, die B-Runde, sagen wir so. Die alles entscheidet, ob Toto sich jetzt selber in die Luft spammt oder nicht, ist ja diese Shit egal. Auf gut Deutsch, wenn ich jetzt gewinne, dann hab ich am Ende auch gewonnen, ja? Das ist jetzt so gesagt Golden Goal. Ich hab ja schon, eigentlich, ich bin schon 2-2-1. Dann steht's wieder 2-2-Wischen, echt, dann, also jetzt Golden Goal als nächstes. Gut, dann gehst du jetzt hier voll auf die Presse, warte. Ey, hör auf zu schießen, Mann, ich muss auch erst mal. Ne, ich schieße ja jetzt nur die drei Kanonen an, wie ich bis jetzt gefüllt habe. Hab ich hier gerade selber in die Luft gejagt? Arschloch. Hab ich getroffen? Nein, ich seh da oben rumstehen. Hallo. Ja, aber ich hab getroffen. Ah, ne, du. Ist die geilste Kanonen. So, deine erste müsste fast kaputt sein, glaub ich. Welche denn? Ne, ist sie doch nicht, scheiße. So, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Bam. Jetzt treff schon. Hab ich getroffen? Oh. Wow, das ist voll auf mein Kopf vorbeigeflogen, das Ding. Du hast nichts. Gut, das können wir ändern. Über mich drüber geflogen. Das ist auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, die könnte auch ein paar andere Gäste erwarten. Vielleicht Franek, Fabio, Scrap. Mal schauen. Bam. Vielleicht doch mal ganz andere Leute, die sonst noch gar keiner kennt. Minecrafter. Ja, der ist ja jetzt im Urlaub, theoretisch. Zack. Bam. Eine kaputt. Ne. Eine ist davor geplatzt. Ja, und? Trotzdem, was seht ihr noch? Hier ist noch nichts kaputt, Freunde. Also, bisher ist noch nichts passiert hier. Also, das ist eine... Leute, ne? Also, das ist schon... Richtige Zitterpartie. Bam. Komm. Ja, ja, ja. Die du mich fast weggebämmt hast. Aber meine Kanone ist noch heile. Ja, meine... Aber jetzt langt's mir langsam. Jetzt schieße ich zurück. Wie Commander Krieger so schön sagen würde. Es geht heute um die goldene Kirsche. Die goldene Kirsche. Die goldene Kirsche. Die goldene Kirsche. Äh, die... Oh. Hahaha. Das ist knapp. Jetzt gibt's hier Reche. Jetzt gibt's Reche. Wat mi wolle. Jetzt gibt's hier Wat mi wolle. So. Zack. Und jetzt gibt's hier Rückattentat. Na, die waren... ...geflogen. Kannst du vergessen. Ja, die war eindeutig zu hoch. Das stimmt. Welche ist denn kaputt bei dir? Ja, keine. Oh, ja. Also, bei mir ist ja die Schutzbarrikade ganz hinten noch. Eben, ne? Also, ich find die Schutz ganz schön. Wie die unterm Deck abschießt. Ich glaub, jetzt ist eine kaputt gegangen. Bist du dir sicher? Ja. Deine. Ne, scheiße. Zu kurz. Tja, tut mir leid. So. Bam. Boah, jetzt ist wieder irgendwas von deinem Segel weggeflogen, glaub ich. Das Baum. Nein! Eine kaputt. Jetzt ist doch ruhig. Ich hab dich selber in die Luft gejagt. Scheiße. Da hab ich selbst geplatzt. Verdammt. Ich hab dann wieder zwei Stücke in die Luft gejagt. Ey, nur eine. Ja, da bist du ja richtig schön bräseig, Toto. Ja, ähm, irgendwie, da hat irgendwas gefehlt, gerade eben. Da hab ich Bogen gemacht, Freunde. Das zählt jetzt aber nicht. Das zählt jetzt der Punkt für mich. Ja, ich weiß. Ich glaub, die müsste auch kaputt gehen. Ja. Verkackt. Fail. Ja, jetzt ist es schon zu blöd, die Kanonen zu zünden, wa? Na, nee, da ist immer, wirklich, das ist, wenn du was kleines, so kleinste Detail kaputt ist, dann ist alles im Arsch. Dann explodiert es. Ja, ist ja normal. Deswegen zählt ja auch schon, wenn ein Red Zone nicht mehr geht. Ähm, geht's ja schon nicht mehr, ne? Und ich hab, glaub ich, auch gerade gefehlt. Hier explodiert auch ein. Okay, dann hast du, glaube ich, denke ich mal, wirklich gewonnen. Äh, verloren. Nee, ich hab noch eine, ja? Und die macht dich jetzt fertig. Welche ist denn das? Die ganz rechte oder die ganz linke? Ja, die unterm Deck. Na, super. Jetzt geht nämlich der ganze Spaß wieder von vorne los. Ja, gut, ich hab ja noch alle Kanonen, also ich kann alles probieren. Was? Echt? Ja. Scheiße, ich mach die mal ganz außen kaputt. Los, schneller! Da probiere ich lieber noch mal ein bisschen gegen zu feuern. Äh, Kanone! Bevor der Toto euch zerstört, müssen wir schießen. Bis jetzt habe ich ja unfair gerade gewonnen, diese Mission hier, glaube ich. Aber ich will jetzt auch nochmal fair gewinnen, ist ja schön. Ich sehe da sein Kajütenlöchchen. Oh, das ist fast auf dein Häuschen geflogen, ne? Hat mich jetzt in Facebook angespampt schon wieder? Das würde mich gar nicht interessieren, wenn ich spiele. So. Ja, ich hör's halt. Oh, ja, ja, ja. Die ist voll in die andere reingeflogen. Und das ist voll... Bäm. So, hier probieren wir unser Bestes. Zack, warten. Du Pümmel. Nein, bitte, groß, mein Pümmel. Jetzt sage ich ein bisschen, wenn deine Segel ist gesprengt. Braucht doch keiner da Segel, bitte. Wir müssen eh nicht segeln. Das sieht aber trotzdem schön aus. Finde ich das schön. Komm schon, komm schon. Ja! Der hat mir das Ding weggeschossen. Und wie er sich immer aus seinen Löcheln da rausguckt, dass er sich freut, dass er vielleicht getroffen hat. Aber wenn er sich das Video anguckt, du sagst, er hat keinen Penis, dann seh er aber natürlich. Dann versche ich hin bei Steve. Pädobär. Penis. Hallo. So, probieren wir es nochmal. Ja, ja, die war gut. Die war nicht schlecht. Die hat nichts getroffen. Die war aber nicht schlecht. So, irgendwie, die jetzt fliegt. Die fliegt jetzt vorne weg. Ah. Du musst doch langsam anfangen zu treffen, irgendwie. So platzen die, so. Die war gut. Die war verdammt gut. Scheiße. Verdammt knapp war. Die hätte gut treffen können. Da muss ein bisschen Wumme drauf. Also, die Map wird auf jeden Fall, wie gesagt, mit mehreren Leuten kommen. Das ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn man mit mehreren Teamkameraden da spielt, glaube ich, ne? Wenn man das zu zweit macht, geht's auch nicht. Und ich hab jetzt alles selber zu spreng verkackt. Schlecht. Das BOMM hat dir, ich denke, dein Schiff noch ein bisschen zu Ende, ne? Damit war jetzt ja auch ja zehn Minuten noch aufkriegen. Kannst ja rüberkommen und hilf mir bei den paar Bomben deines Schiffes. Oh, nee. Oh, sag mal, eine Kanone kaputt gemacht. Nee, hab ich nicht. Bleib lieber auf meinem Schiff. Ja, ein wahrer Kapitän bleibt mal auf dein eigenem Schiff. Ja, bis es untergeht. Deswegen schwimmst du auch gerade zu mir rüber, ne? Mit deinen TNT in der Hand. Ja, ja, ich werd da jetzt nichts machen. Das ist ja unfair. Alter, na komm, jetzt spring dein Mitleid. Nee, nee, nee. Alles nur heile. Warte, ich will nochmal warten, bevor du wollen was zünden. Ich will nochmal alle zünden gleichzeitig. Ja, musst du mir mal kurz behelfen. Komm mal kurz aufs Schiff, ohne was kaputt zu machen, bitte. Ich finde ja nichts. Ich mach da nichts. Aber ja, ich guck mal hier unten, wie es hier so aussieht. Na hey, du machst ja nichts. Das würde sowieso nichts machen, übrigens, weil das TNT weggesprungen werden würde. Als jetzt nur. Ja, weil ich wollte eigentlich alles zusammen in einer Reihe zünden, weißt du? Du fliegt deine so weit. Was machst du damit, Alter? Was machst du damit, Alter? Warte, wir machen jetzt mal alle vollen, dann zünden wir die in der Rande an. Da fängst du da hinten an, fang ich hier an. Keine Ahnung, ich mach's immer nur voll. Ach, ich mach's doch eigentlich auf. So. Einen hab ich geladen. Denkst du, das ist auch noch Glück. Aber ich hab ja beide Schiffe bis jetzt immer so gut gekriegt, oder? Weißt du es nicht? Ich bin ein Hacker. Nein. Da, du immer. Zack, Lucha. So, bist du bereit? Hast du alle vollgemacht? Dann lass uns jetzt mal, den muss ich jetzt auch noch runterdrücken, sonst geht das nicht. Wollte ich dir nur sagen. Jetzt den. Jetzt. Zack. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas treffen. Oh, die war niedrig. Die war niedrig. Mal weiter. Oh, die war hoch. Die war gut. Die hat auch was kaputt geschossen. Jetzt kommt der totale aus. Oh, toll. Toll, dass du versuchst, dass das Schiff in die Luft zu jagen. Egal, wie probiert es noch mal die Luft zu jagen. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein paar Minuten voll, mal wie immer. Wir haben unser Schiff in Luft. Und dann kommen auch bald andere Gäste. Hier mal gucken, ob die besser sind als Toto. Naja, aber so hier vom Komitee und so bin ich halt wegen der... Näh, näh. Du hast mein Penis. Hast du mal ein Feuerzeug? Nimm doch eine Fackel. Eine Redstone-Fackel. Ist keine Redstone. Hier, da hast du eine. Jetzt explodiert alles. Na super. Und ich bin voll im Schiff und sterbe jetzt. Ja. Wie er ist auch noch überlebt, ey. Wie er so mies überlebt. Wo ist denn der? Hä? Ah, ich... Ich hab hier die letzte Ecke gekrochen, die es gab, ne? Ja klar, warum nicht? Der Ecke ist immer alles toll. Also ich finde die mir auf jeden Fall sehr schön gelungen, auch, ne? Also ich ehrlich... Aber ich finde immer noch die Hangar Gangs, die dritte, ne? Die ist so krass, wo der die ganzen... Wo der die ganzen Häuser gebaut hat, ne? Das geht so gar nicht. Die ganzen verfeckt geilen Steinhäuser. So, da müssen wir mal ein bisschen schlafen machen. Ne, das ist hier. Schwarz, schwarz. Oder du lieber? Der ist schwarz. Komm, wir gehen schlafen. Ein zerkacktes Boot. Lass das ausklingen. Wir gehen schlafen und dann machst du einen Karpf. Oh, ist noch eins zu dir rübergeflogen, glaube ich. In deinem vergangenen Boot schlafen? Das ist doch nicht dein Ernst. Hallo. Ich bin auch in deinem schlafen. Ja, ich schlafe in meins, genau. Warte, ich bringe uns ein Bett mit rüber. Ne, ne, wir bleiben schön hier bei dir. Ich denke, jetzt wird's lustig. Wir unter Wasser schlafen. Oh, heiße. Jetzt brauchen wir hier, glaube ich, auch nicht mehr schlafen. Oh, bei dir sind ganz viele Skelette und so gesporned. Was ist denn da kaputt gegangen, ey? Ich sehe, die auch gesporned sind bei dir. Jetzt mal ohne Witz. Warte, wir schlafen, mach da einen Cut draus. Dann ist ein schönes Leben. Ne, warte, ich zünde jetzt nochmal den Rest hier in die Luft. Und dann soll ich sagen, dann war's das. Und dann sieht der Toto vielleicht irgendwann anders wieder. Und jetzt BAM! In einer zusammengesetzten Venture-Map. So, dann würde ich sagen, war's das jetzt hier. Komm, wir schlagen Toto nochmal kaputt. Ja, und das Skelett hilft dir? Ich kann ihn ja gar nicht schlagen. Achso, dann explodier ich ihn lieber. So, tschüss. Fuck. Fuck. Ich eckere es. Meine Ecke. Ja, das war's mal wieder. Schönen Map. Und die Sachen findet ihr alle in der Beschreibung. Tschüss.